und jetzt ach so leiter erstens so v oder höre ich da irgendwas großes in der stadt und ich habe keine raketen brauche ich für die eigentlich zu töten oder ich brauche raketen ich glaube das ist nämlich der witz dass ich da weiterkomme und jetzt muss ich da den ganzen weg machen um raketen oder so zu finden um die auszuschalten oder ist das der witz an der situation gerade wissen ob da was drin ist das sind ja die raketen das beide erwischt natürlich und welt drehen und runter und der magische kiste eindeutig verbrenn sie ok da ist was er bekommen wir können das sieht ja aus nach situationswechsel neues kapitel maybe mit ich aufhören kann zu spielen welp und und irgendwie verliert das nach dem ersten mal wenn man weiß dass sowas kommt den reiz weil dann weiß man genau was man tun kann sagt mir ist das selbst dran gestorben hat sich der echter mit selbst umgebracht was ist du hast du wirklich hast du du hast du du hast du du wirst du wirst du 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 So, hallo? Oh, wir müssen wieder irgendwo einen Valve platzieren. Ah, da vorne. Oder? Ist es da? Ne, das sind nur Lampen. Hä? Okay. Ah, da müssen wir es platzieren. Zip. Ah, jetzt kann ich da wahrscheinlich durch. Oder ist da noch was? Okay. Dann auch ein bisschen weiter. Dann wieder nach oben. Und durchs Röhrchen. Da guckst du aber mal in die Röhre, ne? So. Und darf ich jetzt ein neues Kapitel meines Lebens beginnen? Oder ja, nicht so. Ja. Ich will aber zuerst wissen, was in der Kiste da ist. Ich habe keine Munition. Ich habe keinen Schiss hier. Das war's. Das war's. Was sind der Frontline? Locked up! Wir geben den Extraction Points! Never buy my ass! Das ist ein Operation, Skobar! Das ist ein Operation, Skobar! Bum 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 da 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 da! Du 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 Bereit, wenn du bist. Stealth-Cop Bommst du? Hey, da waren wir doch schon. Alter, du hast mich voll verarscht. What the fuck soll ich da jetzt wieder? Was war denn das ganze jetzt? Ah ok, ja genau. Ah, da bist du ja. Hallo. Kannst du mir jetzt bitte den Kot? Yes. Oh, das wird dein Herz pumpen. Yes. Gib den Kot ein. Ja, dankeschön. Neues Kapitel bitte. Ah, das war so klar. Alter, kannst du ihn noch total ermorden. Alter, er lebt immer noch. Darf ich ihn nicht mal rächen? Arschloch. Komm, das wäre jetzt ein cooles Kapitel-Ende, oder? Bitte neues Kapitel, weil ich will nicht, wenn dann plötzlich ein Beta-Update kommt, dass es dann plötzlich heißt, hey, das Kapitel, das kannst du jetzt nicht mehr da vom Speicherpunkt spielen. Du musst jetzt da ja das wieder von vorne spielen. Da waren wir lebst du das. Zumindest sind hier alle Gegner schon tot. So, Tür auf und neues Kapitel, oder? Den nehme ich so nach einem Punkt zum Aufhören. Oh shit, warum? Warum gibt's noch so'n Teil? Ich meine, den das erste Mal getötet mit Elektrizität irgendwann. Okay, da kommt er nicht durch, oder? Fuckin' hell. Meferweight Schump давай. Versteigter bei Kamera. Versteigter bei Kamera und glance auf 쓰레inen neben der они da. Versteigter bei Informationen. Betrug Drive nach. Mehr Geld auf'm terrible. So, da. Oder wenn er alles so wackelt, ist es echt schwierig. Alter, bitte. Warte mal, ist er tot? Hat das echt gereicht? Und das ist nicht mal er, der da so wackelt. Da kommt der Mordhau. Noch irgendwas angerissen in Luftjagen eigentlich? Mich selbst. Dann leuchtet da alles so rot. Ich schau, ich jag mal da an den Mordhau rein. Nur zum Spaß. Kann ich das Tor aufsprengen da eigentlich? Da ist Lambda, da muss ich ja hin. Was heißt, wenn ich da das Tor aufsprengen? Okay, der Mordhau prallt einfach ab. Am Tor. Okay, ich versuche jetzt mal. Da unten geht's nicht so weiter. Alter, die Frame-Bags. Ich meine, ich muss da doch irgendwo rein, oder? Oder war das gerade nur Zufall, dass das abgeprallt ist? Und eigentlich sollte ich den Mordhau kurz davor hinfeuern. Mal gucken, ob das vielleicht hinhaut, wenn ich... So, warte, so. Mal gucken, ob das hinhaut. Nö. Vielleicht wenn ich genau aufs Fass da... ...bisschen entflammbar. Nee. Oh. Oh, da hätt's ne Leiter auch gegeben. Sonst irgendwas zum Bomben? Kommt mir jetzt einfach mal alles zu. Bissar, das ist mir noch N-13 irgendwie. Also den Turm selber. Den gibt's nicht wirklich auch noch. Aber müssen wir dann abhauen. Black Mesa hat das Central Complex. Achso, kann man da drehen? Ich glaube ja trotzdem, irgendwo... Irgendwas muss ich mit dem Mordhau noch Bomben, aber ich weiß nicht was. Alter, ich wollte gerade runtergehen. Warum schießt du mich wieder rauf? Oder ich muss da einfach nur abtauchen. Wollen wir mal, ob da irgendwas ist im Wasser. Geht nicht so aus. Wo geht es hier weiter? Wendung, wieder mal. Woher do we go? Woher do we go now? Szydner Swing Strictly Forbidden. Oh, Entschuldigung. Es tut mir nach our light. so muss ich da wieder zurück da ist alles eingestürzt also schätze ich mal nicht es ist so ein kleiner bereich wo ich was machen kann und ich weiß nicht wo was ich machen kann fällt echt nur ein mit dem mord da um zu bombardieren weil eigentlich müsste man doch das tor irgendwie aufsprengen können oder muss ich das da aufsprengen schießt aufs launchpad welches launchpad wo auf der karte ist es das wasserbecken das ist wasser wenn ich könnte noch versuchen auf den turm dazu schießen wir so schön rot leuchtet ob das irgendwas okay das war's weil ich mit dem rot leuchten feuer nicht so falsch ich dachte nur von der perspektiv her dass das im wasser rot leuchtet und habe darauf geschossen okay okay und immer noch kein neues kapitel oder wir sind ja noch nicht in einem neuen kapitel oder immer noch surface tension ja jetzt müsste es doch echt bald kommen oder nächstes kapitel alter ich werde jetzt gerade fast gestorben hallo ich wollte die sequenz nicht unterbrechen aber ich darf aufhören zu streamen das waren neue kapitel anfangen okay wir sind weit hinter den musik wir haben nur das letzte fliege aus hier ich hoffe ich habe sicher dass du etwas zurückgebracht hast Dexter denn wir werden es brauchen okay wir wollen die fröhliche weg das ist Alumni aber das ist immer so weit wie ich gehe ja wir können länger leben, wenn wir zusammenarbeiten ok schauen ob was da passiert ok das wollen wir aber nicht haben wenn da gegner sind dann wissen wir dass wir das ich kann nicht mehr reden ich bin zu müde jetzt ist es jetzt schon zehn nach nach 0 sie nach mitternacht ich habe um elf schon gesagt dass ich aufhören will aber ja wir haben jetzt endlich neues kapitel oder ja genau forget about freeman das heißt wir können endlich aufhören und schlafen gehen oh shit ich habe das spiel einfach komplett beendet ich dachte ich komme noch zurück ins fucking hauptmenü naja egal ja